Coats & Sealy kann ich Ihnen wärmstens empfehlen. Verschrecken Sie nicht, er kommt aus England. Für viele ist es unvorstellbar, dass ein englischer Schaumwein etwas Tolles sein kann. Aber was Sie müssen wissen, ist, dass die Pariser Bäcke, der spezielle Kalkboden, der geht bis nach Südengland. Und dort haben Sie genau auch die Böden, die Sie in den besten Lagen in der Champagne haben. Und mit der Klimaanwärmung ist es so, dass die Treife etwa acht bis zehn Tage später ist, wie der Champagne, bei tieferen Erträgen. Aber eigentlich sind die Voraussetzungen gleich. Und das ist auch der Grund, weshalb es immer mehr fantastische Schaumwein aus Südengland gibt, die im Champagnerstil erzeugt werden. Wenn Sie den Coats & Sealy blind servieren und sagen, Sie haben noch ein Champagner offeriert, bin ich überzeugt. Niemand wird merken, dass das kein Champagner ist. Er riecht wie ein hochwertiger, guter Champagner. Und ich finde das noch ganz originell, dass man auch mal einen englischen Schaumwein geben kann.